Ich heiße Judith Kölling. Ich bin in Leipzig geboren und bei Leipzig in Schortau aufgewachsen. Später habe ich dann in Berlin Gemeindepädagogik studiert und bin nach dem Studium ins Vikariat gegangen. Ich bin seitdem im Kirchenkreis Wittenberg, erst Vikarin in Pratau und jetzt gibt es eine interessante Stellenkonstellation. Ich bin zu 25 Prozent Pfarrerin in Elster, zu 25 Prozent Gemeindepädagogin im Kirchspiel Dubin und zu 25 Prozent Religionslehrerin. Ich freue mich auf alle Begegnungen, egal ob in der Gemeinde oder in der Schule. Und ich wünsche mir Leute, denen es wichtig ist, Gemeinde mit aufzubauen, Gemeinde Jesu Christi zu leben und sich irgendwie mit einzubringen, dass Kirche vielseitig und bunt ist und nah bei den Leuten.